Ja, hallo Leute! Heute möchte ich euch mal eine iPad App vorstellen. Und zwar nennt sich diese Calculator for iPad. Ja, wie es der Name schon sagt, ist es ein Taschenrechner fürs iPad und den möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Ja, wenn wir die App öffnen, sehen wir, dass es ganz im Design von dem Taschenrechner auf dem iPhone ist. Hier in der senkrechten Position könnt ihr alle Grundrechenarten machen. Wenn ihr dann das iPad dreht, habt ihr die ganzen ausführlichen Rechenarten wie Prozent und so weiter. Ja, oben bei der Zahlenanzeige haben wir zwei Symbole. Einmal ein Sound-Symbol. Wenn das aktiviert ist, dann habt ihr einfach so ein paar Tastenanschläge. Da drüber haben wir nochmal ein Zeichen. Wenn ihr hier drauf drückt, dann könnt ihr die Themes wechseln, denn bei der App sind mehrere Themes dabei. Also das wäre für jeden was dabei. Gibt natürlich hier die extravaganten und mehr die normalen Themes. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon von dieser App. Die gibt es in zwei Varianten. Einmal eine kostenlose Version. Allerdings ist da ziemlich viel Werbung dabei. Die würde ich euch nicht empfehlen. Und dann gibt es nochmal eine kostenpflichtige Version von 79 Cent. Ich würde euch zu dieser Version raten, denn es ist dann doch wesentlich besser. Ja, der Link zum iTunes Store ist in der Beschreibung und vielen Dank fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal.